mitte mitte mr titel ich glaube hier ja sehe ich natürlich auch sehr viel ja hier passt und hier das wäre natürlich auch nicht so schlecht gewesen aber aber so und hier an der seite kommt nix hin und da haben wir schon eins wunderbar hallo lösen so hier möchte ja das das war die falsche schaufel lesen jungen schon kurz mal die leine hier weg gott sei dank ist es ein kies block geworden ist ein kies block geworden wird sich auch irgendwie doof an und was haben sie geboren hast du sein kies blog was wollte ich denn ich glaube wollte ich das hier ja so nur anders so ich weiß jetzt nicht ob das so toll ist ich glaube er nicht aber egal so damit das jetzt hier ein bisschen schneller geht und für den boden ausrufen können machen wir das mit der schaufel was haben wir denn drauf als kaputt gehen sollte ja wie gesagt mit dem dach muss ich mir halt noch was überlegen ich glaube das werden wir aber so bauen ich glaube das werden wir dann so bauen wie die anderen dächer ich glaube das war schon ganz gut so wir haben es ja mal anders probiert gehabt das war nicht so geil ich hole schon eine kiste könnte natürlich auch eine bauen aber da hinten haben wir so viele wäre irgendwie sinnlos ne ach jetzt wo wir die monster aus haben hat der hier gar kein job mehr wir haben einen kunden arbeitslos gemacht aber eine doppeltruhe das reicht und wir nehmen ein bisschen weizen falls unser pferdchen über kriegt es ist kein pferd ich weiß es ist ein esel mein gott ich vergesse es immer ist natürlich ein esel und stattliche aber mein bad juckt hilfe das ist bestimmt die läuse ich habe ja extreme juckläuse an meinem bad ich würde mich freuen wenn wir uns auf der gamescom mal haben können so sagen wir mal die ganze scheiße hier mal schneller auf müssen ja nicht alles aufheben aber so ein bisschen alt okay kiste da unten wo tun wir die mal hin ich würde sagen wir tun sie temporär gesehen erst mal ich pack da mal alle seine erde rein was wir haben was jetzt nicht sonderlich vieles die redstone lampen nicht bloß nicht sonst weiß ich wieder nicht wo sie sind so jetzt haben wir so viele holz sorten dabei ne würde denn das hier als boden aussehen könnte man eigentlich so nehmen ist natürlich wertvolles fichtenholz man muss ich fast schon sagen ist mir das ein bisschen zu schade aber das kannst du auch nicht machen ich überlege gerade wie es denn aussehen würde wenn wir hilfe was ist das denn das glory hole hilfe so alter fesseln so noch eine bis direkt erst mal im abfluss drin super ich überlege gerade würde das denn gehen oder aussehen wenn wir hier so so eine stein umrandung machen natürlich mache ich das nur um steine zu sparen huch frames gibt ja eigentlich nicht eigentlich will ich damit irgendwie nur irgendwas optisch einen optischen standpunkt setzen so ich weiß jetzt nicht ob das aussieht ich mache es einfach mal glatze mich nicht so an wir müssen weiter arbeiten damit die leute hier ihre wohnhäuser kriegen ich keine steine mehr epic fail da ist noch einer geil hatten wir hier noch irgendwo steine steine ich weiß es nicht in der kiste gucken wo der mond geht unter ich weiß gar nicht hatten wir da noch da muss ich jetzt wieder zum lager zurück das wäre sehr ärgerlich ich muss auch mal gucken dass ich hier mal eine natürlich haben wir keine steine mehr man das gibt es nicht und wieso nehme ich das scheiß pferd nicht mit das ist doch scheiße jetzt kann ich auch so hinlaufen ich weiß nicht warum ich das blöde pferd immer vergesse ok da wird ein block fehlen ja wie gesagt ich weiß nicht warum ich das blöde pferd immer vergesse ich vergesse auch immer mit dem ding zu fahren mit der bahn also ich habe da selbst keine worte für ich weiß es nicht fragt mich nicht ich will es nicht wissen so halt wir können unsere spitze reparieren so 25 und was kostet das 28 ja klar die schaufel ist teurer als die spitze kann das schwer vielleicht noch 18 kostet das ok und der bogen einen ja komm den eine erfahrungsknödel den haben wir wohl noch das lässt sich einrichten nevon so wir waren auch schon lange nicht mehr in unserem labor und haben irgendwelche tränke gemixt den kürbis nehme ich immer mit ähm warum bin ich immer zurückgelaufen ich wollte auf jeden fall setzlinge mitnehmen ich wollte tropenlaub mitnehmen wollte ich tropenlaub mitnehmen ich habe keine ahnung wollte ich tropenlaub mitnehmen hm nehmen wir doch mal tropenlaub mit was wollte ich denn noch warum bin ich denn hier zurückgekommen zum teufel zum teufel noch einmal ah verdammt steine waren es deshalb bin ich zurückgekommen steinziegel jo ich müsste dann auf jeden fall auch wieder ein paar steine braten das mache ich dann aber erst wenn ich die äh aufnahmen beendet habe dann werde ich da eben mal schnell ein paar steine stopp ein paar steine teune los brutzeln das ist etwas das machen wir schon länger nicht mehr in dieser in der aufnahme selbst einfach weil es nervt was wollte ich jetzt wieso bin ich so verpeilt das muss die hitze sein jetzt gab es eine stunde auf und da fängt dann so langsam an das gehirn auszusetzen ich wollte eine alter ne 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 was wollte ich denn ich wollte eine lore haben zum teufel ich habe aber keinen platz für eine lore 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 lorelei mir juckt grad voll das linke ein pass mal auf ich packe mal den zaun ne ich brauche mal die zäune die müssen wir eigentlich mitnehmen wir packen mal die sticks hier rein ähm und dann machen wir uns mal gerade noch schnell eine löhre ich weiß nicht was das ist fragt mich nicht guckt mich nicht so an so jetzt aber ab dafür ich weiß definitiv dass wir das dach jetzt nicht mehr schaffen werden das ist weiß gott aber auch nicht so schlimm denn dann kann ich das mal ausprobieren auf screen wie es am besten aussieht so ist jetzt zwar nicht so spannend hier im untergrund lang zu tuckern aber naja immer noch besser wie gelaufen außer natürlich hätte mein pferd gedacht wenn ich das pferd natürlich mitnehmen können aber hey das wäre ja schlau gewesen hallo 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 achso kann man nicht mehr abbauen das ding wenn man drin hockt war auch nicht so schlimm ja wir müssen hier auf jeden fall dringend noch eine eine station bauen das muss auf jeden fall noch gegeben sein also so ein ding wo man hier raus kann und dann auf jeden fall noch dass wir weiter fahren können in diese richtung das will ich auf jeden fall noch haben und irgendwann soll man dann mal auch da hinten Richtung dschungel fahren können und ach was wir nicht alles wollen und irgendwann mal und sowieso und überhaupt ich glaube ich werde nichts von dem schaffen was ich hier gerade angekündigt habe ähm mit einem eisenblock und jetzt auch gut das sind ja so dinger hier so das ist ja geil ornamente ein blauer und ein wie sieht mein kollege hier aus ein weißer geil so dann hoffen die ich tun die da mal ein bisschen beschützen wenn es so wieder monster time ist so hallo ich wurde sie an die steine gedacht habe ich dachte wieso leisten wieso reißen sich der penner immer los kurz mal aufhören damit kollege halt den mund so reißt er sich immer los muss ich dem was geben muss er irgendwas machen muss ich vielleicht beibringen dass er das auch dass er das lassen soll ich habe keine ahnung so was habe ich jetzt hier von holz genommen ich glaube fichte ne ja 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 ein bisschen holz zu sparen machen wir das mal so ich weiß normalerweise macht man das jetzt nicht so mit den hohlräumen dann gehst du mal bitte weg vielen dank rüdiger du bist einfach immer im weg huch also ist auch gut da kann ich ihn selber weg parken quasi packen wir dich mal hier hinten so dann mache ich hier gerade mal die Ecke zu nein du gehst jetzt nicht hier runter verpiss dich nein huch du kriegst jetzt auch nicht deine Milupa Milch nein rüdiger hör bitte auf man das gibts doch gar nicht rüdiger hör auf in dem scheiß du weißt das ganz genau und hör auf zu nicken ich weiß dass du mich verstehst oh das nenne ich einen Betriebsunfall so wir hatten es ja vorhin von Serien gehabt also vorhin ist gut ein paar Folgen schon also genauso sind zwei Folgen was ich immer gerne wissen würde ich bin gerade dabei Breaking Bad zu gucken verdammt ich habe einen Stein verschwendet das ist den Stein den ich da gespart habe super ich bin im Moment dabei Breaking Bad zu gucken ich bin jetzt zum gegebenen Zeitpunkt Staffel 4 Folge 6 oder so da geht es ja im August weiter und da würde ich gerne mal von euch wissen habt ihr oder guckt ihr auch Breaking Bad oder guckt ihr euch auch irgendwelche Serien an ich glaube ich habe das schon mal gefragt ne also komme ich jetzt nicht mit schreibt es mal in die Kommentare ihr könnt es natürlich trotzdem gerne tun wenn ihr wenn ihr lustig seid könnt ihr euch natürlich gerne machen ich überlege gerade ob man hier vielleicht oder sieht das dann zu extrem vielleicht aus warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal so vielleicht oder ist das zu pompös für ein Bauernhaus aber es würde mal ein bisschen was anderes sein ne mal ein bisschen anders aussehen das ist ja bei uns im Moment noch so eine Sache mit denen mit der Abwechslung der Häuser das ist ja noch so eine Geschichte so Rudi pass mal auf ja ja möglicherweise kann man das so lassen so warte mal da würde ich hier gerne noch rum gehen das mache ich jetzt mal mit der Eisenschaufel sonst drücke ich hier gleich einmal und dann habe ich wieder den ganzen Berg weggerissen das will ja keiner so und hier würde ich dann glaube ich schon gerne Kies machen warte mal hier kommt noch Stein hin so und hier kommt dann schon Kies hin warte mal haben wir noch Kies ich habe den Kies natürlich wieder hinten gelassen ne das ist so zum Kotzen ganz ehrlich Framescape hol ich den jetzt noch schnell Kröniger halt au so dann reiten wir mal schnell zurück und holen den Kies ja wir sind jetzt nicht sonderlich weit gekommen in der Aufnahme äh ärgert mich selbst ein bisschen aber naja was willst du machen ne so den nehmen wir mal hier nehmen wir die 64 mal mit oh guck mal da ist noch Fichtenholz nehme ich trotzdem mal mit jetzt muss ich nochmal kurz gucken aus welchem Material haben wir denn das Dach dort gebaut das Dach da oben gefällt mir übrigens überhaupt nicht das muss ja keiner wissen so können wir mal ganz kurz so was ist das für Material Tropenholz ahja ok naja no das da oben ist dann wahrscheinlich auch Tropenholz gleich sagen dass mir das mit diesem Überhang auf jeden Fall ganz gut gefällt das gefällt mir da wiederum nicht so ich glaube das werden wir hier auch machen ja ich glaube das werden wir hier auch tun also das mit dem Überhang au mit dem Überhang Mandat glaube ich werden wir hier machen lass mich mal ach ja mit Shift war das ja 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 ist ja schon gut so ähm Kies hier rein so hier auch und dann geht's dann hier quasi hinten auf die Felder das ist natürlich ein bisschen knapp bemessen aber wir haben natürlich die Möglichkeit zu jeder Zeit zu sagen dass wir da hinten noch so ein bisschen ausbauen ne also aufs Wasser rauf das ist eigentlich der Hintergedanke daran dass wir hier eigentlich platztechnisch so gut wie nicht eingeschränkt sind das ist der Spaß da dran ist zwar ein bisschen doof dass das hier hinten ein Sumpfgebiet ist weil Sumpfgebiete natürlich nicht allzu hübsch sind aber naja mein Gott es gibt sicherlich Schlimmeres so wir ziehen das mal noch nicht komplett durch ähm ich glaube ich möchte dann aber hier warte mal eben Tuch äh äh Fichte war da ne ja so möchte ich das glaube ich machen ja das ist ja das ist geil mach weiter so was wir jetzt noch brauchen ist was Illegales zum Rauchen ähm Tropenlaub Tropenlaub ist das Tropenlaub was wir da oben haben ich hoffe es so dann pflanze ich da noch ein paar Bäume es wird schon wieder nacht ist doch klar weil dann immer nacht wäre so war das Tropenlaub auch das gibt's doch nicht wieso nehme ich immer das falsche mit ist doch blöd weißt was hier geht's einfach ein Tropenlaub super doch oder eigentlich ist es doch scheißegal ne das möchte ich mal anmerken wir machen jetzt aber hier drucken warum das ganze hier ich weiß es nicht es sieht einfach ganz neus aus so verstehst du stehst du ich mein war das jetzt bis dahinten durchziehen weiß ich noch nicht auf jeden fall kriegt der bauer hier noch ein paar Blumenbeete hin so viel ist klar jetzt zieh ich das mal hier weiter bis hier hin und dann natürlich noch mal hier durch ich glaube es reicht gar nicht soweit oder? ne niemals ich mach das aber auch noch gar nicht soweit sondern nur soweit ich habe oh geil da kommt Tropen setzt den raus das ist ja krass so jetzt klassen wir hier noch ein paar Bäume die wir dann beim nächsten Mal abhacken können damit wir nicht allzu weit laufen müssen das wäre sehr toll ich versuche mal bis zur nächsten Aufnahme dann ähm auch die Timmermodifikation wieder zu installieren einfach nur damit wir da äh die Bäume schneller abhacken können das wäre schon nicht schlecht glaube ich so das muss erstmal reichen an Holz ne so wir sind ein bisschen weiter gekommen bei dem Haus bei dem Bauernhaus wie gesagt der kriegt hier vielleicht noch einen Brunnen ne Brunnen nicht das wäre zu pompös aber weiß ich nicht vielleicht noch äh keine Ahnung ein kleines Blumenbeet kriegt er da noch hin so einen kleinen Nutzgarten das hat dann niemandem geschadet äh wir sind ein bisschen weiter gekommen hier drin aber beim nächsten Mal machen wir uns dann ans Dächlein und dann haben wir das eigentlich hier auch schon dann kommen wir schon da hinten zu der Geschichte und da brauchen wir wahrscheinlich viel Geduld und viele Seile naja ich beende hier mal die Aufnahme ähm beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich wieder im Lager hinten losgehen weil ich dann das Lager ausgeräumt habe und ein paar Steine auf den Ofen geschmissen habe und so weiter und so fort ich verabschiede mich jetzt erstmal ich lege mich jetzt erstmal in die eisgekühlte Badewanne ne leider nicht aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wenn das heißt Let's Play Minecraft vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal haut rein